Hallo und herzlich willkommen in der Natura Akademie. Ich bin Dr. Michael Beleisten, Akademieleiter. Ich darf hier nun kurz unsere Einrichtung vorstellen. Die Natura Akademie ist ein privater, staatlich anerkannter Bildungsträger für den Schwerpunkt für Gesundheit und Soziales. Hier auf diesen beiden Bereichen bieten wir Seminare, Weiterbildungen und seit kurzem auch eben Studiengänge an. Wenn deine Berufung ist, zu helfen, das Leben gesundet und gelingt, dann bist du bei uns richtig. Nach dem Motto, sag es mir und ich werde es vielleicht wissen, oder besser, lass es mich tun und ich werde es können, lehren und lernen wir hier an der Natura in kleinen Klassengruppen und in einem angenehmen Umfeld. Wir freuen uns auf dich.